So, herzlich willkommen zurück zu meinem Blood Let's Play, dann geht's ins nächstes Level. Habt ihr zwar doch der falsche Stand? Moment. Habt ihr nicht ganz den richtigen Stand erwischt? Das muss der richtige sein. Hä? Jetzt bin ich aber verwirrt hier. Das war der so. Du vielleicht. Ja, du bist der richtige. Wir werden jetzt nicht bescheißen, die Spende ist tot und die bleibt jetzt auch tot. Mit dem toten Zustand gehen wir ins nächste Level. So. Okay. Oh, oh, oh. Ja, ja, ich glaub's euch ja. Ah, bleibt doch mal hier. Ich glaub's euch ja. So. Ähm. Was mach ich denn mit euch, Kollegen? Munition ist natürlich jetzt bei allen nicht ganz so riesig. Ähm. Was kann man denn vorstellen? Ach, die fallen doch bestimmt da runter, oder? Oh Gott, ich glaub, wir sind schon wieder in der Spende. Und der Kollege ist auch wieder dabei. Zwei von euch, okay, alles klar. Das ist natürlich herzerfrischend. Zwei sogar. Oh mein Gott. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal diese Kollegen hier weg haben. Das sind ganz schön viele, hab ich festgestellt. Mir ist natürlich ganz lieb, wenn sie runterfallen würden, aber den Fallen tun sie mir leider nicht. Ah, ich krieg das Dynamite da nicht rum. Das ist... Ihr habt euch das schlau platziert, ihr Spakonauten. Moment. Das sind doch bestimmt die Dinger da oben, die erwachen. Wenn ich die jetzt da runter kicke... Haha. Warte mal. Warte mal. Jetzt muss ja erstmal diese Kollegen hier loswerden. Nicht so einfach. Hi, Jungs. Wie steht's? Wie geht's? Wie steht's? Was haltet ihr von meinem Dynamite? Ah, das wird den anderen nicht beeindruckt. Oh, sie meinen nicht den richtigen Stand lebt. Ich hasse das. So. Boah. Das passt. Sie scheinen beeindruckt zu sein. Bisschen ungünstig ist, dass ich hier auch die Secrets nicht mehr weiß. Hm, das wird wahrscheinlich nicht sitzen. Alex. So. Gib deine Munition her und lass mich in Ruhe. So. Damit gehe ich konform. Wer nämlich... Obwohl... Ne, Quatsch. Mit Explosionen hätte ich... Ne, egal. Scheißen wir drauf. Ich will die Munition ja wieder bekommen. So. Und Herzen liegen da auch rum. Was will man denn mehr? Dann wollen wir mal nicht so undankbar sein. So. Und der hat auch was hinterlassen. Wie es mir scheint. So. Da hängt ein Typi. Und... Ja. Gut. Ich denke mal, dann versuchen wir mal diese komischen Dinge da runter zu stoßen. Komme ich jetzt wahrscheinlich nicht hoch, ne? Und? Dann schieße ich den da runter. Da kenne ich ja nix. Jetzt müsste ich dann nur noch irgendwie rennen. Komm, ne? Es sind definitiv die Dinger. Ja. Aber da war ich schon zu weit nach da gelatschen. So. Ja, gelatschen. Und... Ja, dann muss ich das irgendwie so machen. Musst ihr... Ah, es ist scheiße. Es ist schwierig, die da runter zu kicken. Das Blöde nämlich ist, dass ich... Ah. Wie mache ich das? Weil ich musste ja irgendwie hinten rum ran. Ja, wenn der da runter fällt. Aber ich glaube, dann stirbt er nicht, ne? Aber ich wäre sie los. Ich... Oh. Gottes Willen. Okay. Also... Jetzt... Ist das vielleicht irgendwie ein Secret, wo man das irgendwie... Vielleicht... Ah, wenn ich springe. Warte mal. Das könnte hinhauen. Awesome. So. Jetzt den da. Ja. Und tschüss. Und ich hoffe, ihr bleibt da unten. Ihr werdet da nicht wieder hochkommen, ne? Da sind wir uns nochmal alle einig, dass ihr da unten bleibt. So. Das Problem ist halt, dass sie das... Das Problem ist halt, dass sie das... Ja, vielleicht ist das ja irgendwie eine... Gut. Wir trauen uns mal. Ja. Ja, die wachen. Die Frage ist, kommen sie jetzt hoch? Oder bleiben sie unten? Das ist ja auch witzig, da liegt ein Herz. Was? Ja. Sie leben. Ich glaube, ich höre sie. Scheiße Ja ich glaube ich höre sie Es ist schwer zu sagen Wie diesen Umgebungsgeräuschen hier Aber sie scheinen immer in unten zu bladen Ich hoffe ich muss dann die wieder hin Das Problem kann man auch ganz leicht lösen Wir laden das Spiel Und dann sind sie nicht mehr aktiv und bleiben für immer Ewig da unten So Jetzt sind sie nicht mehr aktiv und bleiben für immer Und ewig da oben Bin ich nicht schlau und ausgeklügelt Jetzt sind sie definitiv da unten So Gut die sind wir los Und ich kann meine Voodoo Puppe behalten Und mein ganzes Tesla Gedönsel Und die Tesla Munition hat geschwebt Und die dürften eigentlich auch nicht aktiv werden Von meinen Geräuschen Eigentlich nicht Denn Nee ich glaube das ist hier bei Blood nicht so Nee es müssen Nee es ist hier tatsächlich so Das ist tatsächlich sowas jetzt nicht werden Oh man die weiß ich die Secrets nicht mehr Das schluss natürlich echt Das ist ein Unges Oh Gott da kommt der nächste Albtraum Vielleicht können wir das Vieh ja auch da runter schmeißen Ohne Scheiß das probiere ich aus Es war ein auf faul Aber es ist egal Ich habe dafür die andere Spindeplatte gemacht Also So What the fuck Wie bist du hier durchgekommen Mich verarschen Spinde So Eine Hitbox kannst du gar nicht haben Ach komm Komm mal raus Komm mal mit Komm mal mit Mitkommen Mitkommen Ich habe gesagt mitkommen Sonst spreng ich dich hier raus Kannst dir aussuchen wie du es gerne hättest So Kommst du jetzt mit So stur Soll ich dich runtersprengen Hä Komm mal mit Komm mal mit So Mitkommen Du kennst das doch wie das läuft Einmal noch Kein Thema Skip it doch nicht Jetzt komm mit Und fall da runter Zum Meiserwecken Ja Noch ein Stück Noch ein Stück Komm Ich bin stolz auf dich Spinde So Und ihr Ja Ja So So Ich würde jetzt das kleinere Problem darstellen So Ruhe Ruhe So Und damit die Spinde So Na Jetzt klappt das So Äh hier war doch irgendwo Ach das lohnt sich glaube ich noch nicht Da war hier eh nichts mehr Keine Ahnung Gut Äh ja Runter gefallen Ich habe noch ganz gut Munition davon Ja das bisschen was ich da jetzt verspendet habe An diese Dicken Hm ja Bisse Munition vom Dynamit verspendet aber Scheiß drauf Das ist nicht so schlimm glaube ich Ach das sind ja auch noch welche Oh der Oh der Dick ist noch da Ja der Der weiß ja was jetzt Was er bekommt Ne Der weiß was er hat Der bekommt seine Forke Die mag er Glaubt mir das Ihr Ihr wisst gar nicht wie er die toll findet Er ist total begeistert von meiner Forke Seht ihr doch Dass er die richtig supi findet Der steht da drauf Die spinnen offensichtlich auch Ne Die finden das richtig super was ich mit denen mache Die wissen eben was gut ist So Hm Ich habe nur keine einzige Ahnung wo ein Secret war Das ärgert mich jetzt ein bisschen Oh 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 Ich geschick dir recht dass du weg geflogen wirst Na Tut das weh diese Stiche Ja Das sollen sie auch Euer Ja Ich will euch doch nur erlösen Mein Ihr seid Ehe nichts Nichts mehr zu gebrauchen Ihr seid so seelisch so am Ende Dass eure Mutter kaputt ist Also Seht es ein Das ist so Das hat sich ja geil angehört Ne Ne Also Dann könnt ihr euch auch erlösen eigentlich So Gut Oh ja Hm Ja Du brauchst es jetzt auch nicht zu übertreiben Ne Hm Jetzt machen wir anders Ne Abmutzung bekommen Das finde ich auch ganz geil Aber das möchte ich eigentlich nicht für diese Kollegen einsetzen Ah Ah Geh auf Los Mach auf Ah Ah Genau deswegen Das hält mich nicht ewig Hast du getroffen Nein natürlich nicht Ich glaube das ist einfacher Wenn wir einen Dynamitbündel da hinschmeißen Müssen eben auf Altbewährte setzen Und das könnte echt einfach sein Ah Da Zack Müsste setzen Hehehe Wies Das war ein sehr schlechter Wurf Das können wir auch besser Ja So hier spreche ich mir das jetzt Ah das scheiß Ding haben wir auch noch Das taugt halt nur nix Bäh Das ist doof geflogen Moment Wir müssen nur den Wurf anständig hinkriegen Boah Boah Kann man mit leben So Speichern wir Ne Ist noch dieses Mist viel weg Ah Lass mich in Ruhe Ich habe dir doch gar nix getan Ich piekse dich doch nur Was ist denn daran so falsch Na nice Das hat sich gelohnt Wird will ich mal meinen So Ach das ist ja noch einer Das Spiel liebt die Dinger Glaube ich Habe ich so den Eindruck Muss die wohl wieder ran Vielleicht wieder mit Drehung Vielleicht lasse ich mich da nicht von dem ständig treffen Das ist so unfassbar Was die auf extra Crispy Aushalten Merkt man total Dass das Eigentlich für Coop gedacht Das Schwierigkeitsgrad ist Schon bitter Wie so ein Gargoyle 950 Health hat Muss man sich mal Auf der Zunge zergehen lassen So Oh Schön Bitteschön Das muss man beschleunigt werden Wo bist du Bist du auch so artig wie dein Kollege Und lässt dich schon pieksen Ja Klar bist du das Artig Artig sind sie ja diesmal So Einfach hier Secret Auffälligkeiten Ah Ist das Mist Dass ich jetzt kein einziges mehr kenne Ich brauche das Zeug Das ist bestimmt wertvolles Zeug drin Und ich weiß hier nichts mehr Ein bisschen eklig gerade Vielleicht So hat ich es sogar nicht Na Das wäre jetzt auch beschissen Wenn ich nachgucke Aber Ja Ich brauche einen Schlüssel Was ist da hinten Ach Ich glaube da kommen Hunde gleich Ja doch Ich bin mir recht sicher Dass ich aus der Hunde kam Hm Na ja Gut Hier haben wir sowas noch Die brauche ich auch Für Gargoyle Ah Kann man mit leben I need a key Ach ne den hatten wir auch noch nicht Aber hier müssen wir jetzt durch Mich hat kein Arsch gesehen Das finde ich Doch der hat mich gesehen Nein Sterb verdammte Hölle Oh der kommt Wie viel ist denn da drin Eieieieiei Da ist ein Hund drin Ist das nicht geil wie schnell man hier sterben kann Ähm Ich glaube da muss ich mal sowas reinhauen Das wird nix Willst du mir doch nicht ernsthaft erzählen Dass das nicht getroffen hat Steh auf und schnimm den Schuss So Ja Können wir mitnehmen Ach das ist ja noch einer Ah Wo ist der jetzt Jetzt zu dass du verrägst So Okay Wie doch da Nein 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 Da ist aber noch Du hast ja noch so ein Kollege hinter dir Das gefällt mir nicht Geben wir ganz schnell die Tesla 100 Brennen Jetzt wird die gar nicht beeindrucken So Was legt da noch von den Länger Ah Ich hänge fest So Sehr gut Gasolin Das ist super Tesla schwebt Na wenn sie denn auch mal schweben möchte Soll sie es tun So Das ist ein bisschen knapp bemessen Da haben wir ganz gut was da ne Nicht schlecht Hätte man auch Hätte man auch einsetzen können Dem geht es wieder ganz gut Jo Geht eigentlich Ich glaube hier passiert noch eine ganz große Katastrophe Wenn ich hier Irgendwas bestimmtes mache Wenn ich mich Entsinne Hier muss auch irgendwo noch secret gewesen sein Ich Weiß es nur leider nicht mehr Hier sind bestimmt irgendwo schon secrets gewesen Darauf wette ich schon fast Na ja Was soll's So was kommt jetzt runter Der Schlüssel Ja und wenn ich den mitnehme Dann ist aber Panik genug Sonst was hier Ich glaube das ist ganz bitter scheiße Wenn ich den mitnehme Ich glaube dann ist hier alles voll Gargolz Oder irgendwas war hier Ja gut das war jetzt nicht so sonderlich Spektakulär Das ist hier halb so wild gewesen Das ist hier halb so wild